Hallo und herzlich willkommen liebe 96-Fans! Wir melden uns nach langer Zeit mal wieder von der MKA und hinter uns läuft die erste Einheit der Woche vor unserem Heimspiel gegen Mainz 05. Die Sonne scheint und erfreuliche Nachrichten gibt es auch aus der Mannschaft, denn Idas Bibu ist zum ersten Mal wieder am Ball. Außerdem sind auch Miko Albonos und Edgar Pripp wieder voll ins Mannschaftstraining eingestiegen, nachdem sie in der letzten Woche schon integrativ trainiert haben. Wir haben natürlich ein gutes Gefühl, wenn man wieder volle Kanne mittrainieren kann. Letzte Woche habe ich ja nur Teile mitgemacht und auch alles ohne Torschüsse oder Flanken, also die extremen Sachen für mein Schussbein weggelassen. Ab heute bin ich voll eingestiegen. Ich habe auch alles gemacht, Zweikämpfe normal bestritten, Torschuss, der Muskel hat gehalten, das Knie hält ja sowieso und von daher fühle ich mich jetzt wieder wohl und hat natürlich unheimlich viel Spaß gemacht, heute wieder zu trainieren. Ob ich gegen Mainz spielen kann, muss natürlich alleine der Trainer entscheiden oder das Trainerteam. Ich kann nur dafür sorgen, mich gut zu präsentieren, Spaß am Training zu haben und Spaß wieder Fußball zu spielen. Ich kann nur wieder auf dem Freunden in diesen Freunden setzen auf. Ich kann nur da, das ist ein wenig Spaß gemacht. Ich kann nur noch ein wenig Spaß machen, weil ich das nicht darauf achete,